Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 271. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und heute haben wir ein ganz klassisches Hoaxilla-Thema, das wir im Grunde genommen in Folge 4 vor fast elf Jahren angeteasert haben. Und heute gibt es auch schon kaum zehn Jahre später sind wir schon dabei, das klassischste Hoaxilla-Thema überhaupt zu besprechen. Die Story in dieser Folge lautet schlicht und ergreifend gibt es einen Menschenstau am Mount Everest. Es kursierte im Mai 2019 ein Foto, das ging wirklich auch durch sehr seriöse Medien, wo man den entsprechenden Bergkamm, also den Weg zum Gipfel gesehen hat aus Sicht eines Bergsteigers. Und da war wirklich eine ewig lange Menschenschlange zu sehen, also da musste man sich ganz weit hinten anstellen, wenn man zum Gipfel wollte. Und für viele war dieses Foto so überzogen und so ungewöhnlich, dass sie gesagt haben, nee das kann nicht sein, das gibt es einfach nicht. Also man weiß ja schon, dass der Tourismus in der Gegend boomt und dass viele Leute den Mount Everest besteigen wollen. Aber dass sich da eine solche Schlange bildet und dass das Ganze auch nicht ganz ungefährlich ist, das war den Leuten irgendwie scheinbar nicht so bewusst. Und da haben einige Leute gesagt, nee das ist aber eine Fälschung, das kann ja nicht. Die Frage ist, stimmt es oder stimmt es nicht? Wir fahren wir dann am Ende der Sendung. Thema der Woche Ja der abscheuliche Schneemensch, der Yeti ist das Thema der heutigen Episode. Nachdem wir uns ja immer mal wieder schon mit kryptozoologischen Themen beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt also einem der absoluten Klassiker widmen, nämlich dem Yeti. Und die Bezeichnung der abscheuliche Schneemensch ist aus dem frühen 20. Jahrhundert. 1921 rum, genau, kommen wir nachher nochmal dazu. Gehen wir nochmal ein, wo dieser Begriff herkommt. Vielleicht grundsätzlich mal zum Wort Yeti. Das ist zusammengesetzt aus Worten der Sherpa, nämlich einmal den Begriff Je, was für Fels steht und Te, was Tier heißt. Also im Grunde genommen ist der Yeti so eine Lautverschiebung des Felsentiers. Vielleicht wenn man es so direkt übersetzen möchte. Und der Yeti beschäftigt mindestens die westliche Welt in den Medien seit den 20er Jahren des vorangegangenen Jahrhunderts, das hat Alexa ja gerade schon gesagt. Natürlich im Himalaya-Gebiet beschäftigt der Yeti die Menschen schon viel länger. Und die Frage, die sich man natürlich bis heute stellt, ist, gibt es überhaupt ein Lebewesen, Tier, da geht es ja schon los, das sich im Himalaya bewegt, Und das irgendwie menschenähnlich zu sein scheint und das damit dann sozusagen die Fantasie von Ein- und Anwohnern des Himalayas bewegt hat. Aber natürlich dann auch die Fantasie und den Willen, das Tier letztendlich zu beweisen und zu entdecken von Forschern auf Expeditionen in den Himalaya. Also wir können ja gleich am Anfang mal in schöner Huxeler-Manier spoilern und sagen, der Yeti ist real und zwar als Sagengestalt und als Forschungsgegenstand, also in Anführungsstrichen Forschungsgegenstand in der Kryptozoologie. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Wir haben ja überall auf der Welt Geschichten über menschenähnliche Wesen und über die Vermischung von Mensch und Tier, über die unterschiedlichen Ausprägungen, in denen du das hast. Ob es jetzt ein Wehrwolf ist, wo Zauberei und Magie im Spiel ist oder eben ein Bigfoot oder ein Yeti oder wie auch immer, also wo die Grenzen zwischen menschlicher Zivilisation und der ungebändigten Natur verschwimmen. Darüber könnte man eigentlich nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Wir haben uns hier jetzt den Yeti nochmal rausgegriffen, weil wir eben eigentlich eher darauf eingehen wollten, wie die moderne, auch da wieder in Anführungsstrichen moderne Kryptozoologie diesen Forschungsgegenstand behandelt. Weil es bis heute Dokus gibt, wo ernsthaft noch die Frage gestellt wird, können wir entsprechende Haarproben auswerten und wenn ja, was ergibt das dann? Und in den letzten Jahren gab es immer wieder Forschungsprojekte in der Richtung und auch angeblich sensationelle Ergebnisse, die da verkündet wurden, an denen dann aber hinterher nicht mehr viel übrig bleibt oder von denen dann nicht mehr viel übrig bleibt, wenn man genauer hinguckt. Aber dass uns solche Dinge beschäftigen, steht glaube ich außer Frage und es lohnt sich glaube ich auch einen Blick mal auf die Yeti-Geschichten zu werfen, die in der entsprechenden Gegend auch als Sagen weitergetragen werden. Weil du da nämlich schon schön ablesen kannst, wie Menschen eben mit der Natur umgehen, mit der angeblich belebten Natur, mit der Verbindung der Natur zu einer Welt der Geister und Dämonen. Und das haben wir hier im europäischen Raum, aber das haben wir eben auch in den entsprechenden Gegenden, also in Tibet zum Beispiel, wo von diesem wilden Mann berichtet wird und diese Sagen ganz unterschiedliche Motive haben können. Also wir haben zum einen zum Beispiel einen Einsiedler, der nur mithilfe von Yetis überlebt, die ihm immer was zu essen bringen und zu ihren Ehren beziehungsweise zur Ehre des einen Yetis, der ihm da besonders geholfen hat, gründet er hinterher ein Kloster Pangbochi, wo auch angeblich ein Skalp und eine Tatze aufbewahrt wird von diesem Yeti. Das ist also die eine Ausprägung und dann hast du natürlich diese Geschichten, die so ein bisschen auch an King Kong erinnern, wo Yetis, also diese wilden Affenmenschen, menschliche Frauen entführen auf ganz perfide Weise und in ihre Höhlen verschleppen und sich dann auch mit ihnen paaren. Und was mich, da werden wir hinterher glaube ich auch nochmal genau darüber reden, so gewundert hat, war, dass selbst in einer angeblichen Forschungsarbeit einer Genetikerin aus dem Jahr 2013, genau dieses Narrativ wieder bedient wird. Und warum man nicht die ganze Sache auch mal andersrum sehen kann, das werden wir nachher glaube ich auch nochmal besprechen, aber so viel vielleicht zum Einstieg. Und dass sich Yeti-Sichtungen angebliche schon durch die ganze, oder sagen wir mal die halbe Menschheitsgeschichte ziehen, steht glaube ich auch außer Frage, wenn wir sogar im ersten Jahrhundert schon bei Plinius entsprechende Hinweise haben von besonders schnellen, menschenähnlichen, aufrechtgehenden Wesen, die in den nach Osten hin liegenden Bergen Indiens die Menschen terrorisieren. Das ist also dann eine sehr, sehr frühe Quelle und im Prinzip zieht sich dann die Geschichte von solchen Hinweisen immer weiter. Du hast in dem Augenblick vor allen Dingen auch, wo die Entdeckung der indischen Berge und die Entdeckung Tibets durch die Europäer losgeht so richtig, hast du vor allen Dingen auch Expeditionen, die sich entweder dem Yeti komplett widmen oder eben sowieso zufällig auf Hinweise stoßen. Du hast gerade Plinius den Älteren schon angesprochen, 77 geschrieben, die sogenannte Naturalis Historia und das muss man sich so vorstellen wie eine sehr ernsthafte oder wie einen sehr ernsthaften Brockhaus oder heute würde man sagen eine sehr ernsthafte Wikipedia, die Plinius da zusammengetragen hat mit dem damaligen Wissen. Diese Naturalis Historia umfasste 37 Bücher mit insgesamt 2493 Kapiteln und da war nicht nur Plinius geschrieben, sondern er hat auch Dinge und Berichte zusammengetragen und du hast es gerade schon zitiert. Da wird das erste Mal sozusagen verschriftlicht für die westliche Welt und das ist ja sehr, sehr früh eben schon von diesen menschenähnlichen Wesen in Indien gesprochen. Wir müssen eigentlich mal irgendwann eine Folge machen über Wissenschaftsgeschichte und genau analysieren, wie sich solche Quellen, die natürlich immens wichtig sind und deren Wiederentdeckung in der Renaissance ein sehr wichtiges Kapitel der Geschichte sind, aber von der modernen Forschungsarbeit. Also ich meine jetzt nicht nur im Hinblick darauf, dass wir Genanalysen vornehmen können, unterscheidet, sondern auch im wissenschaftlichen, methodischen Vorgehen, weil du natürlich allein schon im Zeitalter der Aufklärung, auch im 18. Jahrhundert, eine ganz andere Art der Herangehensweise hast, wenn man zum Beispiel an die Enzyklopedisten denkt, die tatsächlich so eine Kartografie, so ein Inventar der Natur erstellen wollten, da gibt es also durchaus methodische Unterschiede und es lohnt sich da eigentlich nochmal genauer hinzugucken irgendwann. Aber kommen wir nochmal zurück auf den Ideen jetzt heute, bevor wir da ein ganz neues Thema aufmachen, was aber sicherlich spannend ist. Notieren Sie das bitte da draußen, das könnte nochmal wichtig werden. Was wir aber hier erleben ist eben, dass berichtet wird von diesen Lebewesen und man könnte sich jetzt ja fragen und das wäre sicherlich eine der ganz wichtigen und sinnvollen Fragen, wenn wir uns diesem Thema nähern wollen, was haben wir denn überhaupt als belegbare Fakten oder Beweise für den Yeti? Und das, was man hat, unbestrittenerweise, sind sehr, sehr viele Augenzeugenberichte über Menschen, die angeblich den Yeti gesehen haben und wir haben Fußspuren in der Regel im Schnee, im Himalaya-Gebiet zum Beispiel, wo man also per Expedition oder wie auch immer Scherpas da langgekommen ist und plötzlich Fußspuren im Schnee gefunden hat. Und man hat im Prinzip auf der Metaebene Expeditionen, wo die Scherpas auf einmal in Angst und Schrecken versetzt werden und weglaufen und andere Berichte dann wieder von den europäischen Expeditionsleitern, die sagen irgendwie, da ist es auf einmal nicht mit rechten Dingen zugegangen und die haben dann gesagt, oh da ist ein Hinweis auf einen Yeti oder wir haben einen Ruf gehört oder wie auch immer und nichts wie weg. Genau, also zu den Sichtungen gehören übrigens auch merkwürdige Geräusche, gut das erwähnt, denn immer wieder wird berichtet, dass die Yetis sich auch durch einen besonderen Ruf bemerkbar machen. Aber all das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, sind indirekte Beweise, das heißt wir haben bis heute keine Überbleibsel, wir haben zum Beispiel, was man sich ja vorstellen könnte, keine Überreste von einem verstorbenen Yeti. Das wäre dann, also wenn du einen kompletten verstorbenen Yeti findest, das wäre dann der sogenannte Holotyp, also sozusagen der Yeti im Ganzen, den du dann untersuchen könntest und der natürlich auch wichtig wäre, um entsprechend andere Proben dann damit abzugleichen. Genau, immer ganz wichtig, das haben wir nicht. Wir haben immer wieder, und darauf gehen wir nachher nochmal ausführlich, ein Fellproben, die man findet, die man dann analysiert hat mit der Annahme, dass es sich hier um den Yeti oder um Fell vom Yeti handeln könne oder handelt. Wie da so die Analysen sind, werden wir nochmal beschreiben. Und wir haben eben die Fußspuren, die aber auch indirekte Spuren sind. Das heißt, wir haben bis heute keinen belegbaren Fakt und jetzt können wir uns natürlich darüber unterhalten, mit welcher Motivation Menschen zum Beispiel von einer Sichtung berichten. Da meine ich jetzt noch gar nicht mal die Fußspuren, da kann man nämlich Fotos von machen, sondern Berichte von Sichtungen von einem Yeti. Und da haben wir im Grunde genommen ja zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die etwas gesehen haben und sich das nicht wirklich erklären können. Und aber sagen, ich habe da was gesehen, was ähnlich aussah wie ein Mensch, der sich da bewegt hat. Und wir haben, das muss man leider auch immer wieder sagen, Menschen, die nicht die Wahrheit sagen. Oder Menschen, die die Wahrheit so ein bisschen frisieren, damit eine Geschichte spannender klingt. Und das erleben wir immer und immer wieder. Also Unfallbeschreibungen, Zeugenaussagen, da wissen wir, wie schlecht wir Menschen darin sind, zum einen tatsächlich vernünftig Beleg über das, was wir erlebt haben, abzulegen. Und zum Zweiten gibt es dann ja auch noch die Situation, dass man vielleicht mal auch bei Sherpas oder bei Menschen, die Expeditionen in den Himalaya gemacht haben, nochmal eine Geschichte ein bisschen garnieren möchte. Ich will jetzt nicht das Wort Seemannsgarn benutzen, weil es auf dem Berg nicht passt oder im Gebirge, aber genau in diese Richtung natürlich kann man auch solche Geschichten interpretieren. Und beides muss man zunächst mal annehmen, dass beides passieren kann. Also wir wollen jetzt erstens nicht allen, die glauben, einen Yeti gesehen zu haben, das Lügen unterstellen. Aber es gibt halt Fälle, wo das tatsächlich passiert. Und zweitens nicht allen, die einen Yeti gesehen haben wollen, unterstellen, dass sie nicht mehr ganz richtig im Kopf sind oder unter Sauerstoffmangel leiden oder wie auch immer. Das kann einem nämlich auch schon in den heimischen Buchenwäldern passieren. Man denke nur an den berühmten Panther im Schwarzwald oder weiß der Geier wo, wo im Sommer, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in den letzten Sommern war, da hatten die Medien wahrscheinlich Besseres zu schreiben als über Panther. Aber wo es dann halt viele Leute gibt, die sagen, ich bin spazieren gegangen und habe da irgendwie so eine merkwürdige schwarze Gestalt gesehen und das sah nicht aus wie eine normale Hauskatze, das muss ein Panther gewesen sein. Genau, also das und ich habe ja schon oft genug auch bei Huxeler gesagt, dass wir natürlich Wahrnehmungstäuschungen unterliegen sind als Menschen, dass wir immer wieder unserem eigenen Wahrnehmungsapparat, ich will nicht sagen ausgeliefert sind, aber wir sind halt immer auch eigenen Täuschungen, die in unserem Wahrnehmungssystem, so wie wir konzipiert sind, angelegt sind. Da kommen wir halt nicht raus und wir funktionieren halt eben nicht wie eine Infrarotkamera oder wie eine digitale, hohauflösende Kamera unser Gehirn und unser optisches System funktioniert einfach anders. Insofern können wir zunächst mal festhalten, das einzige Mess- und Untersuchbare, so möchte ich es mal formulieren, sind im Grunde genommen Felsspuren. Vielleicht sollten wir, bevor wir da weiter drauf eingehen, nochmal ganz kurz die Expedition bzw. den Bericht von 1921 von Charles Howard Burry erwähnen, weil danach, also es war die erste britische Mount Everest Expedition und er hat dann einen Bericht verfasst, aus dem dann die Journalisten eine Geschichte vom Abominable Snowman, also vom abscheulichen Schneemenschen gemacht haben. Und da ist jetzt die Frage, war das ein bisschen, wie du vorhin angedeutet hast, doch Absicht, das Ganze ein bisschen sensationeller zu gestalten, wenn man bedenkt, dass da aus dem entsprechenden Wort schmutzig Übersetzung abscheulich gemacht wurde. Oder war das halt tatsächlich ein Übersetzungsfehler und nicht beabsichtigt, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall war der Begriff geboren. Und das ist genau eben jetzt ein Punkt, deswegen passt das auch sehr gut, dass du es ansprichst, 1921 diese Expedition, denn man kann sich fragen, was hat denn da überhaupt dazu geführt, dass das eine Medienrezeption überhaupt bekommen hat? Und was dazu geführt hat, ist eben, dass man Fußspuren gefunden hat und zwar am Lagba Pass, ich hoffe, mein Tibetanisch oder mein Himalaya oder welche Sprache da wirklich genau gesprochen wird, ist nicht so gut. Auf 6000 Meter Höhe hat man eben diese Fußspuren gefunden, das hat er aufgeschrieben, das war natürlich spannend und irgendwie die Geschichten des Yeti waren ja bekannt und genau daraus entstand dann genau die Schlagzeile, die du beschrieben hast. Und das hat ja dann im Westen so eine Art Boom ausgelöst, kann man formulieren. Genau und wenig später in der Zeit des Nationalsozialismus hat es ja auch diese ganz berühmte Ernst Schäfersche Tibet Expedition gegeben, die natürlich geprägt war vom Forschungsansatz des Ahnenerbes, was Himmler vorantrieb. Und man dort in Tibet die Ursprünge des Ariatums entdecken wollte. Ernst Schäfer hat sich also auf die Suche gemacht und hat versucht Forschungs, wieder in Anführungsstrichen, Forschungsbelege eben für diese Zusammenhänge zu finden, haben dort Menschen vermessen und ähnliche scheußliche Dinge gemacht, einfach vor dem Hintergrund, dass sie da ein Ur-Ariatum irgendwo verankern wollten. Und natürlich hätte man auch den Yeti mitgenommen als Beleg sozusagen, wenn es ihn denn gegeben hätte, aber auch Ernst Schäfer hat in der Richtung nichts bewegt. Also die haben wahnsinnig viele Artefakte und biologische Proben mitgenommen von Vögeln und ich weiß nicht was. Also die Museen, die Magazine sind heute noch voll von den Dingen, die damals mitgebracht wurden, aber ein Beweis für den Yeti haben auch die nicht mitgebracht. Ein bisschen eher noch als die Expedition von Herrn Schäfer war dann in 1927 noch das naturkundliche Wanderbuch, was dann unter dem Eindruck der beginnenden Euphorie 1921 entstanden ist. Und da wurde dann eben von einem Gorilla-ähnlichen Tier gesprochen und hier können wir vielleicht mal ganz kurz schon mal einmal noch einhaken, finde ich, weil wir, was den Yeti angeht, gar nicht eindeutig immer auseinanderhalten, ist es jetzt eigentlich ein Hominide, also irgendwas Affenartiges oder ist es eher etwas, was aus der Familie der Bären stammt, was im Grunde genommen zwei völlig unterschiedliche Geschichten sind. Und häufig wird der Yeti in den Kontext einer vermeintlich ausgestorben geglaubten Frühmenschengattung gesetzt, also dass man sagt, naja, im Grunde genommen ist das ein Hominide, so ähnlich wie der Neandertaler vielleicht sogar, der sich da oben eben noch erhalten hat. So ein bisschen auch die Theorie von Nessi, was ja ein überlebender Dinosaurier sein soll. Genau, also wir befinden uns jetzt hier wieder so ein bisschen im Bereich der Kryptozoologie, die ja so Mitte des 20. Jahrhunderts von Heuvelmanns begründet wurde. Die Hominologie, also die Beschäftigung mit solchen Hominiden, die vielleicht bis heute überlebt haben in der einen oder anderen Form, die hat sich erst in den 70er Jahren wirklich herauskristallisiert als Begriff. Ist aber so in der Form, wie du es gerade geschildert hast, ein Teil der Kryptozoologie, so wie die Drakontologie zum Beispiel, die sich so mit so Meeresmonstern à la Nessi beschäftigt. Genau, also insofern, wir haben zumindest vielleicht mal eine Hypothese, was es vielleicht eher sein könnte, also sind es eher irgendwelche Formen von Bergegorillas oder sind es eher Bären, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber gehen wir nochmal ein bisschen geschichtlich weiter. Ernst Schäfer hast du gerade beschrieben. Wir kommen dann ins Jahr 1951 in den November und da gab es dann Fotos, jetzt nicht vom Yeti, aber von Fußspuren und zwar gute Fotos von Fußspuren, die der englische Bergsteiger Eric Shipton gemacht hat. Und das hat dann wieder einen Hype ausgerufen und jetzt war es völlig klar, wenn man denn schon die Fußspuren so deutlich fotografiert belegen kann, dann muss man doch jetzt den Yeti auch finden können. Und dann begab es sich tatsächlich, dass dann Expeditionen in größerer Zahl sich aufmachten in das Gebiet des Himalajas, um diesen merkwürdigen Fußspuren nachzugehen und auch dem Yeti nachzugehen. Warum waren die merkwürdig? Weil sie ungewöhnlich groß waren und naheliegten, dass das Wesen, das sie hinterlassen hat, auf zwei Beinen geht. Das ist immer so sozusagen die Grundvoraussetzung, warum einem solche Fußspuren komisch vorkommen. Kennen wir auch zum Beispiel von Bigfoot-Sichtungs- oder Fußspurenfällen, wo dann eben genau auf solche Marker geachtet wird. Ja. Sollen wir schon spoilern, warum die Fußspuren unter Umständen merkwürdig aussehen? Ja. Also das ist ja wirklich eine Frage. Also das, was wir haben, wir haben es mir einfach gesagt, sind Fußspuren. Da gibt es auch sehr viele Fotos von und die sehen zum Teil auch sehr, sehr ungewöhnlich aus. Man hat auch Abdrücke davon zum Teil genommen. Und ja, also gerade beim Schnee, bei Fußspuren im Schnee, im Gebirge gibt es eine Besonderheit, nämlich die, dass wenn die Sonne dann auf den Schnee scheint, der Schnee sich verändert. Und dadurch verzerren sich dann diese Fußabdrücke und werden größer. Das kann man beobachten, das kann man, wenn man das weiß, dass sich das so verhält. Ich habe es mir angelesen, ich wusste das vorher auch nicht. Das heißt, dass dann normale Fußspuren unter Umständen ganz, ganz anders aussehen. Und tatsächlich eine Hypothese dafür, dass das so ein bisschen menschenähnlich aussieht, aber viel größer ist und so ein bisschen, aber dann doch anders. Das ist die Tatsache, dass es tatsächlich Tibeter gibt oder Sherpa, die barfuß auch durch den Schnee laufen, die zum Teil aber auch tatsächlich Erfrierung an den Füßen haben, also leicht verkrüppelte Füße. Und auch sowas könnte durchaus sehr, sehr merkwürdige Spuren haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass jede Fußspur, die man am Himalaya sieht, von einem barfuß laufenden Sherpa mit vergrüppelten Füßen hinterlassen worden ist. Aber all das sind Hypothesen, die man prüfen sollte, müsste mit im Hinterkopf haben, müsste, wenn man denn diesen Fußspuren nachgehen will. Was wir hier erleben oder erlebt haben in den 50er Jahren und auch heute mitunter im Bereich der Kryptozoologie, die nach dem Yeti sucht, ist die Tatsache, dass jede Spur ausschließlich mit dem Fokus auf den Yeti interpretiert wird. Das heißt, es wird nicht im Rahmen von Ausschlussanalysen andere Dinge ausgeschlossen und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man ausschließen kann und vielleicht schon mal einmal vorab, was wir auch noch haben, viele der Kryptozoologen, die sich in diesem Gebiet extrem einsetzen und sehr viel Geld investieren und da auch hinfahren und gefährliche Expeditionen machen, sind eben auch keine Menschen, die wirklich ausgebildete Biologen sind oder Zoologen sind. Das heißt, das, was sie sehen kann, dann merkwürdig aussehen unter Umständen, wenn das sich ein Fachmann anschauen würde, wäre es aber gar nicht merkwürdig und viel einfacher zu erklären. Auch ein großes Problem der Kryptozoologie. Genau, weil du nämlich mit einer vorgefassten Anschauung an deinen Untersuchungsgegenstand herangehst. Das heißt, du hast nicht einen Befund und guckst dann mal, wie du den einordnen kannst und ob du sozusagen noch Belege gibst, die hast, die das stützen, was du dir dann ableitest. An Hypothesen, die du dann wiederum testen musst, sondern man geht eben mit einer Anschauung. Es gibt den Yeti und ich will jetzt Beweise dafür sammeln an die ganze Geschichte heran und das führt zu etwas, was wir, glaube ich, auch in fast jeder Folge erwähnen und immer wieder erwähnen, nämlich zum Cherrypicking, dass du dir eben nur noch die Sachen raussuchst, die in deine vorgefasste Anschauung hineinpassen und alles andere außen vor lässt. Weil das ist ja kein Beleg für das, was ich mir eh schon gedacht habe. Dieser Artikel 1951 mit den Fotos hat dann 1954 zu einer groß angelegten Expedition geführt unter der Leitung von John Angelo Jackson. Und da kommen wir dann jetzt auch zu dem Kloster, was du schon einmal kurz angerissen hast. Und das ist eigentlich auch schon so eine sehr, sehr abgefahrene Räubergeschichte, weil da wirklich dieser Skalb, also diese Haarlocke und die Tatze zu besichtigen waren. Den Skalb, also die Haare, konnte man sich da noch angucken. Bei der Tatze waren die Inhaber des Klosters dann schon ein bisschen zurückhaltend und wollten eine Untersuchung nicht genehmigen. Und dann hat es, hat der Expeditionsleiter sozusagen es tatsächlich geschafft, da Knüchelchen teilweise herauszuschmuggeln. Und sie durch menschliche Knochen zu ersetzen. Also wirklich so Mission Impossible mäßig, die dann halt außer Landes zu schmuggeln. Und allein das ist schon irgendwie so eine völlig abgefahrene Geschichte. Und dummerweise hat die aber auch nicht wirklich zu messbaren und erhofften Ergebnissen geführt. Also die Hand ist hinterher oder die Tatze des Yetis hinterher als menschliche Überbleibsel identifiziert worden. Man kann jetzt aber auch sagen, was passiert denn, wenn man tatsächlich dann Teile dieser Tatze entwendet und dann menschliche Knochen hinterlegt. Also da sieht man ja auch schon, wie so ein Artefakt einfach komplett ruiniert wird. Und vielleicht haben das vorher auch schon tausend Leute gemacht und vielleicht war es mal eine echte Yeti-Tatze. Aber dadurch, dass da immer jeder sich ein paar Knochen getauscht hat, ich überspitze jetzt natürlich. Aber da sehen wir schon, dass man natürlich mit so einer Räuberpistole Herangehensweise nicht weiterkommt. Und der Skalp, der sehr, sehr lange umstritten war, ist dann am Ende als Schulter identifiziert worden. Eines Schafs oder einer Ziege oder wie auch immer. Genau, eines solchen Tieres, eines Huftiers, was für den Himalaya nicht ungewöhnlich war. Hier sehen wir aber auch schon, das kommen wir jetzt zurück auf den religiösen Kontext wieder. Als guter, in dem Fall ja Geist der Berge für diese Mönche, hatten diese Reliquien quasi eine besondere Bedeutung und wurden aufgehoben. Dabei war es dann auch gar nicht so relevant, ob das wirklich ein Yeti-Skalp und eine Yeti-Hand war. Ganz wichtiger Punkt. Sondern es hatte eben für die religiöse Aufladung und die Orientierung dieser Menschen war es eben wichtig. Und wir haben ja auch schon über Reliquien in der katholischen Kirche gesprochen. Man muss sich ja auch fragen, ob es dann tatsächlich realistisch ist, dass irgendwelche Heiligen 20 Finger hatten, weil es so viele Fingerknochen inzwischen weltweit gibt. Auch hier ist es mitunter gar nicht so relevant, ob die Fingerknochen echt sind, sondern welche religiöse Aufladung. Genau, das heißt, diese Artefakte, egal was die in Wirklichkeit sind, sind identitätsstiftend, weil sie für die Geschichte der Gründung des Klosters stehen. Das muss man sich nochmal ganz klar vor Augen führen. Das ist völlig irrelevant, was es in Wirklichkeit ist. Sie helfen, den Bewohnern des Klosters sich an die Geschichte dieses Klosters, sei sie nun tatsächlich so passiert oder wie auch immer, zu erinnern. Und das sorgt wiederum für den sozialen Zusammenhalt, für den ideologischen Zusammenhalt, kurzum sozusagen dafür, dass die Geschichte weiterlebt. Ob jetzt James Stewart, der berühmte Schauspieler in den 50er Jahren, wirklich die Knochen der Hand, so findet man es immer mal wieder, tatsächlich nach London geschmuggelt hat, sei mal dahingestellt. Ich erwähne es, wir werden euch eine ganze Reihe von Artikeln verlinken unter der heutigen Episode auf wuchsela.com und dann könnt ihr euch das gerne noch durchlesen. Da ist mir die Faktenlage ein bisschen dünner, als dass ich das als wahren Fakt verkaufen kann. Klingt aber gut. Klingt gut und der Leiter der Expedition war natürlich mit den bekannten Hollywood-Größen befreundet. Das war bekannt, also insofern wäre es vielleicht möglich gewesen, dass es so gewesen ist, aber wir wollen es mal nicht als Wahrheit. Wir müssen es als das darstellen, was es ist, nicht so ganz belegbar. Genau, also wir haben jetzt im Grunde genommen so in den 50er Jahren einen Hype erlebt und dann war es aber auch schon so, dass langsam der Regierung, dass ein bisschen viel wurde und man große Summen irgendwann nahm, weil man einfach nicht mehr ständig irgendwelche Expeditionen im Himalaya haben wollte, sondern man hat dann gesagt, es gibt eine Gebühr, die relativ teuer war für die damalige Zeit, die erhoben wird und der Expeditionsleiter muss an einer anerkannten wissenschaftlichen Institution arbeiten, sonst durfte man gar keine Yeti-Expeditionen mehr anstreben. Eine Expedition, die dann aber noch stattgefunden hat und die dann auch wirklich sehr, sehr wissenschaftlich aufgezogen war, war die von Edmund Hillary, dem Neuseeländer, der ja den Mount Everest als erster bestiegen hat und der hat dann im Jahr 1960 nochmal wirklich eine große wissenschaftliche Expedition aufgezogen, hat Zoologen mitgenommen, hat andere Experten mitgenommen, hatte Kamerafallen dabei in den 60er Jahren schon und haben dann zwei Monate lang sich auf die Lauer tatsächlich gelegt, haben diese Kamerafallen ausgebracht, haben sich in ja so hochsitzartigen Verschlägen dann versteckt und Ausschau gehalten und nach zwei Monaten, nachdem sie zwar Wölfe entdeckt haben, Füchse und Hasen fotografiert haben, stand dann für Hillary fest, der Yeti ist eine Legende und nicht real existierend. Und man muss natürlich sagen, Kamerafallen, das monatelange Ausharren in getarnten Verschlägen gehört natürlich zum Handwerkszeug eines Zoologen dazu, also so tatsächlich findet die Arbeit von Zoologen auch statt, insofern war das schon ein ganz guter Ansatz, umso enttäuschender natürlich, wenn dann hinterher außer Spesen nichts gewesen ist. Wir kommen jetzt vielleicht mal darauf, auf die Frage, was genau könnte denn die Sichtung auch ausgelöst haben, was könnte denn die Spuren auch verursachen. Und Hillary hatte dann, und das ist wahrscheinlich auch das, was die anzunehmende Hypothese ist, davon schon gesprochen, dass es vermutlich Bären im Himalaya-Gebiet sind, die für die Sichtung auch für die Spuren zuständig sind. Und es gibt auch das wieder ein Fakt, den man unter Umständen nur kennt, weil man sich mit Zoologie beschäftigt. Bären, die beim Gang auf allen Vieren ihre Hinterpfoten auch sehr genau immer an die Stelle ihrer Vorderpfoten setzen, was im Schnee bedingt, dass man im Grunde genommen nur so zwei Paar Spuren hat, die aber ungewöhnlich groß sind und auch ungewöhnlich aussehen. Insofern muss man davon ausgehen, dass das, was höchstwahrscheinlich für Yeti-Sichtungen und den ganzen Yeti-Mythos verantwortlich ist, Bären sind und eben nicht Gorillas, die man übrigens sehr spät ja auch entdeckt hat. Also das war ja auch eine neue Tierart, die man dann entdeckt hat. Die ernähren sich im Grunde genommen vegetarisch. Zwar auch immer mal wieder mit kleineren Tieren oder auch mal ein paar Eiern von Vögeln, die sie auch fressen. Aber im Grunde genommen ist es eine vegetarische Affenart, Menschenaffenart. Und man muss sich schon fragen, wie so ein Gorilla in einer sehr kurzen Zeit, die Kryptozoologen sind sich einig, dass es sich hier um eine Gattung handelt, die ungefähr 10.000 Jahre alt ist und sich im Himmeler bewegen soll. Das ist zu kurz, als dass sich hier eine evolutionäre Anpassung an diese komplett andere Region ergeben hätte. Was aber sehr gut passt auf der Ebene der Tiere, sind eben die Berge, die Bären, die in diesen Bergen gut überleben können. So dass also auch hier der Vergleich zu Menschenaffen oder irgendeiner Form von Hominiden schon allein wegen der Art und Weise, wie man sich dort oben ernähren kann, eher ungewöhnlich ist. Also selbst Menschen, die ja auf den Himalaya hinaufklettern, müssen im Grunde genommen alles mitbringen. Wenn die da nur alleine da oben leben würden, wäre es, glaube ich, relativ schwierig, sich mit Nahrung zu versorgen. Also gehen wir erstmal davon aus, dass es Bären sind. Und dann würde ja auch die These von Herrn Hillary gut passen, dass Bären diese Spuren im Schnee auch hinterlassen. Und nun müssen wir natürlich zu Reinhold Messmer kommen, der ja dann im November 1986 vor die Presse getreten ist und gesagt hat, ich habe einen Yeti gesehen. Und da hat er sich ja sehr viel Spott aussetzen müssen. Ich habe auch gedacht, puh, da ist die Luft ein bisschen dünn geworden. Und nein, wir erzählen jetzt nicht den Witz von den zwei Yetis, die sich treffen. Denkt ihr. Ich habe einen Messner gesehen. Was Reinhold Messer dann in seinem Buch hinterher aber geschrieben hat, ist, dass er davon ausgeht, dass es sich hierbei um den Tibet-Bären handelt, der für diese Sichtung zuständig ist und die für den Mythos des Yeti zuständig ist. Und im Grunde genommen, wenn man sich mit dem Buch dann beschäftigt, dass er geschrieben hat mit Blick auf den Yeti, dann ist es genau das, was wir hier gerade auch in dieser Sendung als wahrscheinlichste aller Szenarien annehmen. Nämlich, dass es sich um eine Bärengattung handelt, die im Himalaya zu sehen und zu finden ist, die auch Spuren hinterlässt. Und das Ganze wird dann eben gepaart mit einem religiösen Überbau der Menschen, die dort leben. Wobei auch gerade bei Messner natürlich durchkommt, und das ist auch gut so, ein Respekt vor den Narrativen, vor den Sagen und Überlieferungen der Gegend der entsprechenden. Und das finde ich wiederum, es ist wichtig, dass das auch nochmal erwähnt wird, weil wir natürlich hier nicht von unserem angeblich so hohen wissenschaftlichen europäischen Ross diese Narrative kaputt machen wollen. Also es ist ganz, ganz wichtig vor der Kultur, vor den religiösen Praktiken der Menschen in dieser Gegend Respekt zu haben und auch zu zeigen. Und dieser respektvolle Umgang, der sollte sich eben durch die ganze Forschung ziehen. Egal, ob man nun biologisch, zoologisch oder kryptozoologisch unterwegs ist, diesen Respekt sollte man beibehalten. Also das Buch von Reinhold Messner hieß dann Jedi, Legende und Wirklichkeit. Und danach war es dann auch ein bisschen ruhig geworden im Grunde genommen, weil, und das ist auch so eine These, die man natürlich sagen kann, mit GPS, mit DNA-Analysen, mit Drohnen und all den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben und natürlich der Tatsache, dass alle Menschen, die ja wirklich in großen Zahlen auch sich im Himalaya-Gebirge und auch im Mount Everest-Gebiet bewegen, schon auch ungewöhnlich ist, dass es nicht ständig jetzt irgendwelche Videos vom Jedi gibt. Das ist übrigens genauso, wie ja die Anzahl von UFO-Aufnahmen jetzt nicht gewachsen ist exponentiell, seit wir Handys haben, sondern eher gleichbleibend ist. Aber es gibt ja jetzt nicht, wie es zu erwarten wäre, viel mehr UFO-Sichtungen, wenn die ständig hier bei uns wären, die man gefilmt findet, weil alle ja ein Handy dabei haben. Ist schon auch interessant. Aber wir kommen dann jetzt nochmal so um die 2010er-Jahre herum nochmal in eine Welle hinein, die nochmal ein bisschen Wind in die Segel der Jedi-Forschung gegeben hat. Nämlich zum einen ein Genetiker, ein Herr Sykes, der sich zusammengetan hat mit einigen anderen Kollegen und gesagt hat, naja, jetzt wollen wir doch der Sache mal auf den Grund gehen. Bitte schickt uns doch alles, was ihr so an Haar- und Fellspuren angeblicherweise vom Yeti habt. Ich meine sogar, dass ihr auch nach dem Bigfoot, also das wäre auch in Ordnung gewesen. Und wir beginnen mit ausführlichen DNA-Analysen, das Genom zu entschlüsseln. Also als ich das das erste Mal gehört habe, und das war in einer Arte Dokumentation eben über dieses Projekt und noch ein weiteres, das wir gleich ansprechen werden, habe ich gedacht, okay, das ist der bürgerwissenschaftliche Ansatz in der Kryptozoologie. Denn wir kennen ja inzwischen auch in der Biologie bürgerwissenschaftliche Projekte, wo zum Beispiel die Artenvielfalt von Insekten oder Vögeln oder so hierzulande auch durch uns alle hier irgendwie mitgetragen werden kann. Also da kann sich jeder Beteiligung mal aufschreiben, was für Vögel er im Garten sieht und so weiter und das dann eben an die entsprechenden Stellen schicken und sich da so ein bisschen einbringen. Das macht auch durchaus viel Freude. Im Falle von schickt uns mal Proben und wir analysieren die dann, hat das Ganze ein paar Probleme, die da auftauchen. Weil du halt wirklich nichts, aber auch wirklich nichts über den Kontext dieser Proben weißt, außer dem, was dir die Leute vielleicht in dem Brief dazu schreiben. Du weißt nicht, wo die wirklich tatsächlich gefunden wurden, wie sie behandelt wurden, ob derjenige Handschuhe getragen hat, als er sie eingesammelt hat, ob die noch andere Wege vorher genommen haben und vorher vielleicht in irgendwelchen Schubladen rumgelegen haben. Und das ist bei einer DNA-Analyse nicht so ganz von Vorteil. Was man aber festhalten kann, also ja, das kann man alles durchdenken, wobei man jetzt sagen kann, wenn jeder darauf achtet, dass die Proben vernünftig genommen wird, dann sind die Umstände ganz egal, weil es dann ja nur auf das merkwürdige Genom ankommen würde, das gefunden worden wäre. Hat man aber nicht. Das heißt, alle Analysen, die Herr Sykes vorgenommen hat, haben eben Hinweise auf bestehende bekannte Tierarten gegeben, sehr, sehr viele Bärenarten, die gegeben wurden. Mal der ein oder andere Bärenhybrid, der dazwischen gewesen ist, also Mischungen von zwei unterschiedlichen Bärenarten. Aber im Großen und Ganzen ist da jetzt kein Genom dabei gewesen, was so ungewöhnlich gewesen wäre und so eigenständig gewesen wäre, dass man von einer neuen, sagen wir mal, Gattung hätte ausgehen müssen, die da Yeti oder Bigfoot gehiesen hätte. Insofern hat dieses Projekt zumindest keinen neuen Hinweis darauf geliefert, dass es Lebewesen dieser Art gibt. Einen anderen Verlauf hat dann eine Zoologin namens Ketchum beschritten. Hier war es so, dass es einen kanadischen Millionär gibt, der gerne den Bigfoot nachweisen möchte. Und der finanziert tatsächlich mit seinem Geld immer wieder auch Expeditionen, um Spuren des Bigfoots zu finden. Und da ist es eben genauso, wie es beim Yeti schon gesagt hat, aber auch hier fehlen konkrete Beweise im Grunde genommen. Man hat zwar das ein oder andere Fellfragment, was man im Wald sammelt, aber eben auch kein verstorbenes Tier, geschweige denn ein gefangenes Tier. Und auch die Sichtungen sind jetzt im Zeitalter von Handy und Full-HD und 4K-Kameras, die man mitnehmen kann, nicht wirklich besser geworden. Ganz im Gegenteil, auch in dieser Art Doku wird dieser Millionär gezeigt, der dann immer sagt, das sieht aus wie Chewbacca. Da haben sie so ein Gesicht dann von so einem angeblichen Bigfoot. Und ich würde ehrlich gesagt behaupten, das ist ein Chewbacca, den man einfach schwarz angemalt hat. Aber gut, das wäre jetzt meine Hypothese. Das ist ein 3-Sekunden-pixeliges Bild, warum man den Leuten keine 4K-Kameras mitgibt, sei mal dahingestellt. Und dann kam Melba Ketchum und hat den angeblichen Beweis entdeckt. Genau, also er hat dann die Spuren, die sie gesammelt haben, an Melba Ketchum weitergeleitet. Es gab ein großes DNA-Analyse-Programm in vielen Labors. Das sollte auch alles verblindet gewesen sein, so wird es zumindest berichtet. Und dann gab es im Jahr 2013 eine große Pressekonferenz. Also man muss dazu sagen, dass Melba Ketchum tatsächlich Tierärztin ist, kein Doktorgrad hat und ihr eigenes DNA-Labor betreibt. Ich glaube, ich habe vorhin Zoologin gesagt, das war nicht korrekt. Also genau, Tierärztin ist sie. Und was die dann gemacht haben, war, dass sie 20 ganze mitochondriale Genome sequenziert haben. Da muss man vielleicht ganz kurz sagen, mitochondriale DNA ist diese DNA, die nicht im Zellkern ist. Und die wird ausschließlich von der Mutter an ihre Nachkommen weiter vererbt. Genau, sie haben übrigens untersucht, also Sasquatch-DNA. Also wir befinden uns nicht ganz auf dem Gebiet des Yeti. War ja der Kanadier, der in dieser Probe. Genau, der ist in der Sasquatch-Forschung tätig. Oder Bigfoot, wie man es auch immer nennen will. Genau. Und sie haben tatsächlich diese Untersuchung gemacht und haben dann drei vollständige Kerngenome von angeblichen Sasquatch-Proben erhalten. Haben das Ganze dann untersucht und haben dann festgestellt, dass der nordamerikanische Sasquatch, ich zitiere hier und wir können euch den Link dann auch mit reinschmeißen unter die Folge, dass der nordamerikanische Sasquatch eine Hybridspezies als Ergebnis der Kreuzung zwischen männlichen Exemplaren der unbekannten Art und weiblichen Homo sapiens ist. Das heißt also, Affen, Menschen, Yeti, Sasquatch-ähnliche Tiere, Menschen, wie auch immer man es beschreiben möchte, haben sich mit menschlichen Frauen gepaart. Da haben wir es wieder, das alte Narrativ von diesen Wesen, die menschliche Frauen entführen und sich mit ihnen paaren, untermauert durch angebliche wissenschaftliche Belege. Man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn sie das alles analysiert haben, dann wird das ja wohl stimmen. Warum es ein Problem damit gibt mit dieser Studie, werden wir gleich nochmal schildern. Aber das Narrativ, was hier bedient wird, ist eben das uralte Menschenaffe paart sich mit, oder Affenmensch paart sich mit menschlicher Frau. Und man müsste sich mal überlegen, warum es niemals umgekehrt ist. Also warum ist ein menschlicher Mann nicht geneigt, sich mit einer Affenfrau zu paaren? Hat natürlich auch wieder was damit zu tun, dass natürlich der wilde, ungezügelte Affenmensch dann die schöne menschliche Frau und so weiter und so fort. Umgekehrt unvorstellbar. So soll ja übrigens auch der Yeti in den Schöpfungsgeschichten entstanden sein. Genau, das hatten wir am Anfang angerissen. Genau, dieses Motor. Entführt und in die Höhle verschleppt. Also das waren die Ergebnisse, die Melba Ketchum, wie gesagt, sie ist nicht Genetikerin, sie ist nicht Zoologin, sie ist nicht Biologin, sondern sie ist Tierärztin, hat nicht promoviert. Das muss ja nichts machen, man kann sich ja trotzdem gut auskennen, veröffentlicht hat. Und die Fachwelt hat dann im Grunde genommen relativ schnell diese Studie auch zerrissen, hat sehr, sehr viele Kritikpunkte gefunden. Und Melba Ketchum hat dann gesagt, naja, hier haben wir doch wieder den Beweis dafür, dass die etablierte Mainstream-Forschung neue Erkenntnisse nicht anerkennen will. Ein häufiger Vorwurf, den man dann ja auch hört, der ja auch aus der Kryptozoologie häufig kommt. Und hier kann man ja auch nochmal das Spiel machen und sich mit der Güte der Publikationen von Melba Ketchum auseinandersetzen. Klassisches Beispiel ist, man guckt sich mal an, in welchem Fachjournal sie ihre Erkenntnisse veröffentlicht hat. Spoiler Alert, es war nicht Nature. Es war nicht Nature, hoch anerkanntes wissenschaftliches Journal, sondern es war das De Novo Scientific Journal. Dann kann man mal nachgucken, kann sagen, das ist so ein klassischer Weg, wie man in der Forschung vorgeht. Wer publiziert denn da sonst noch so? Was ist denn sonst in dieser Zeitschrift erschienen? Steht ja immerhin Scientific im Titel. Und dann stellt man fest, niemand, nada, nichts. Im De Novo Scientific Journal war zum damaligen Zeitpunkt genau ein Artikel, eine Publikation erschienen, nämlich die von Melba Ketchum. Und wenn man dann nochmal ein bisschen weiter recherchiert, stellt man fest, dass Melba Ketchum diese Zeitschrift auch gekauft und gegründet hat. Also wenn sie sie nicht gegründet hat, dann hat sie sie zumindest gekauft. Das kann man relativ gut darstellen. Und interessanterweise ist der Artikel, obwohl er eigentlich als Open Access bezeichnet wird, also für jeden erreichbar, muss man 30 Dollar dafür bezahlen, diesen Artikel zu lesen. Und was man nicht finden kann im De Novo Scientific Journal ist, dass es ein Peer Review Journal ist. Das heißt, hier haben keine anderen Genetikazoologen, Biologen, wie auch immer, sich die Arbeit im Vorfeld angeschaut, kritische Punkte genannt. Und erst danach ist diese Publikation erschienen, sondern diese Publikation ist einfach erschienen. Genau, also das mit dem Peer Review Verfahren wäre der absolut normale notwendige Weg für eine wissenschaftliche Publikation. Was daraus dann folgt, und das können wir auch nochmal verlinken, ist dann, dass das Peer Review auf Twitter dann irgendwann stattgefunden hat, weil sich natürlich Biologen und Genetiker sich das angeschaut haben und dann quasi auf Twitter, da gibt es so ein paar Tweets, die kann ich nochmal auch verlinken, tatsächlich dann die Studie zerrissen haben, weil sie gesagt haben, das ist Unsinn, das ist nicht geprüft worden, hier sind Fehler gemacht worden. Das heißt, so schön wie diese These jetzt ist, die Frau Ketchum aufgestellt hat, sie hat in der wissenschaftlichen Welt keinen Bestand. Und das liegt nicht daran, dass die wissenschaftliche Welt keine Interesse daran hätte, den Sasquatch oder den Bigfoot zu entdecken, sondern man muss so eine Entdeckung anhand der wissenschaftlichen Methode machen. Und die wissenschaftliche Methode beschreibt sehr genau, wie man sicher diese Dinge sich anschauen kann und dass es hier eben gerade nicht erfolgt. Danach ist es dann aber auch tatsächlich nach 2013 sehr, 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 sehr ruhig um die genetische Yeti-Forschung oder Bigfoot-Forschung geworden, weil am Ende hier rauskam, es sind im Grunde genommen DNA-Spuren von allen möglichen Tieren mit einem großen Hinweis darauf, was du gesagt hast, Alexa, dass diese Spuren verunreinigt waren, nicht sauber genommen worden sind. Und damit war das Thema dann erledigt. Ein anderes schönes Beispiel ist übrigens, du hast die Dokumentation ja schon angesprochen und Herrn Seix, dass wir da einen, ja, Kryptologen, Kryptozoologen haben, der dann auf ein Haar sich bezieht in dieser Dokumentation. Das fand ich eine sehr schöne, eindrückliche Stelle. Und dann sagt, so wie das die Struktur des Haares ist, muss es hier definitiv, kann es kein Menschenhaar sein, sondern es muss das Haar... Auch kein Menschenaffe? Kein Menschenaffe sein, es muss was Neues sein. Und dieses Haar ist dann zu Herrn Seix gegangen, DNA ist analysiert worden, des Haares, und es kam mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nahezu 100 Prozent raus, dass es sich um ein Menschenhaar handelt. Und dann hat man diesem Kryptozoologen das Ergebnis präsentiert und er sagt, das mag so sein, aber für mich ist es eindeutig kein Menschenhaar. Weil ich sehe hier in meinem Mikroskop im Bild, dass da Einkerbungen sind, die da nicht sein dürften. Und hier sieht man schon, wenn natürlich das das Niveau der Kryptozoologie an der Stelle ist, dass sie dann sagen, ich setze mich über ganz klare, fundierte Ergebnisse hinweg, um trotzdem an meiner Hypothese festzuhalten, dann verlassen wir den wissenschaftlichen Weg. Und das ist leider auch der Grund, warum die Kryptozoologie keinen wissenschaftlichen Status im eigentlichen Sinne hat. Weil genau das immer wieder passiert. Da gibt es sicherlich auch sehr, sehr, sagen wir mal, redlich arbeitende Menschen, die dann aber natürlich auch leider keine Bücher veröffentlichen oder nicht von Vorträgen leben können, in denen sie Besonderheiten beschreiben. Ganz oft ist, also jetzt haben wir gerade natürlich eine zwar pseudowissenschaftliche, aber eine zumindest in Ansätzen unter Umständen wissenschaftliche Vorgehensweise beschrieben. Aber ganz oft ist es in der Kryptozoologie ja so, dass du eben Berichte von Sichtungen hast, historische Belege hast, also Quellen hast aus der Antike, aus dem Mittelalter und so weiter, die du auswertest, in denen du nach Hinweisen suchst, dass es sozusagen schon früher Yeti-Sichtungen jetzt beispielsweise gegeben hat oder Bigfoot-Sichtungen oder wie auch immer oder Einhorn-Sichtungen oder was auch immer. Das ist ein bisschen so, wie wenn du dir das Märchen Schneewittchen vornimmst und dann sagst, auf dieser Basis gucke ich jetzt mal, ob es Schneewittchen wirklich gegeben hat. Und das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil es gibt Leute, die genau das gemacht haben, die sich Schneewittchen vorgenommen haben oder Hänseln und Gretel und gesagt haben, wir gucken mal, ob es einen realen Fall dahinter gibt. Also da wird man unter Umständen auf Dinge stoßen, die einem sehr merkwürdig vorkommen, die einem zeigen, oh, das könnte aber was damit zu tun haben. Man vergisst aber, dass man mit einer vorgefassten Meinung an historische Quellen zum Beispiel drangeht und die nach Strich und Faden danach auswertet, was man gerne belegen möchte und nicht sozusagen den gesamten Befund nimmt und dann daraus verschiedene Dinge ableitet und das dann wieder testet. Sondern man lässt einfach die Sachen, die nicht passen, unter den Tisch fallen und sucht sich nur das raus, was ins Bild passt. Und das ist gefährlich, das ist keine wissenschaftliche Vorgehensweise. Und bei dieser Arte-Doku haben mich zwei Dinge maßlos geärgert. Am Bild der Wissenschaft, wie es dort vermittelt wird, du hast es gerade schon angesprochen, Alexander, es werden nicht immer nur die Kryptozoologen kritisiert. Seine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und dann sozusagen der Wissenschafts-Community zur Kritik zur Verfügung zu stellen, das ist völlig normal. Das passiert immer. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich was Wissenschaftliches veröffentliche, muss ich damit rechnen, dass andere Wissenschaftler kommen, dass meine Fachkolleginnen und Kollegen kommen und sagen, hier hast du aber nicht sauber gearbeitet, so funktioniert das nicht und das hast du nicht bedacht. So funktioniert Wissenschaft, so geht es vorwärts in der Forschung. Und das passiert nicht nur Kryptozoologen, das passiert allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sei es nun über das Peer-Review-Verfahren oder auch hinterher, wenn die Ergebnisse veröffentlicht sind. Unter Umständen kommt Kritik auch erst dann oder nochmal von der anderen Seite oder nochmal mit einem anderen Ansatz. Das ist etwas völlig Normales. Und dieses Mi-Mi-Mi von Kryptozoologinnen und Kryptozoologen, die sagen, die böse Wissenschaft will uns immer nur mundtot machen, ist vollkommener Mumpitz. So funktioniert Wissenschaft. Und das andere, was mich so ärgert, ist, dass ganz oft unterstellt wird, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also hier Biologinnen und Biologen oder Zoologinnen und Zoologen, den Bigfoot, Sasquatch, Yowie, Orang, Pendek oder so, gar nicht finden wollen, dass sie sozusagen alles unter den Teppich kehren, was in diese Richtung weist. Auch das ist völliger Mumpitz. Nicht nur Kryptozoologinnen und Kryptozoologen wollen die Welt sozusagen beschreiben, wie sie wirklich ist und jeden Stein umdrehen, um neue Dinge und Tiere zu finden, sondern das wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauso. Das ist ja auch sehr gut darin belegt, dass wir ständig neue Tierarten und Tiergattungen erkennen und entdecken und darüber dann auch berichtet wird. Wir haben aber mit dem Yeti, Bigfoot, Sasquatch, wie auch immer, etwas, was auch so eine mythologisch aufgeladene Komponente hat und deswegen wird da natürlich da sehr heiß drüber diskutiert, genau wie um Nessie ja sehr gerne sehr intensiv diskutiert wird und hier kann man natürlich mit Fragen der Biologie oder sogar der Anthropologie die sehr bewusst es in Frage stellen, dass es im Himalaya-Gebirge noch eine Menschenart gibt, die dort unterwegs ist und das ist dann sehr, sehr gut begründet aus der bestehenden Forschung in diesem Bereich. Was aber dieser Kampf und diese Emotionen, Kampf in Anführungsstrichen, zeigt, ist, wie relevant bis heute ja diese Themen sind und wir haben 2019 nochmal einen Fall gehabt, wo er eine indische Armee in Nepal von Fußspuren berichtet hat und dann relativ schnell aber dann ein Dementi der Regierung aus Nepal kam, die gesagt hat, nein, es sind Bärenspuren, fangt nicht wieder mit diesem Unsinn an. So nach dem Motto, weil man da den Hype vermeiden wollte, dass so das letzte Mal etwas aufgeflammt ist, das war im Jahr 2019 und wir haben es gerade schon gesagt, also nach 2013, wo man jetzt eigentlich hätte erwarten müssen, wenn Melba Ketchum so etwas Bahnbrechendes entdeckt hätte, dann, dass die Forschung jetzt anlaufen müsste, denn eine Studie ist in der Regel meist kein Beweis von irgendwas, sondern erstmal ein Hinweis und dann muss man gucken, ob man das replizieren kann, ob man weitere Proben nimmt, all diese Dinge. Aber wenn die erste Studie eben schon so schlecht ist, dass man das Studiendesign gar nicht wiederholen muss, weil so viele Fehler darin sind oder so viele falsche Schlüsse auch unter Umständen aus den Ergebnissen gezogen wird, dann war hier, glaube ich, die Genetik eher ein Hilfsmittel, um noch deutlicher zu sagen, dass man mit aller Wahrscheinlichkeit nach diese angenommenen Kryptiden nicht finden wird, weil sie nicht existieren. Ich will aber nochmal ganz kurz so auf die gesellschaftliche Bedeutung nochmal an ein, zwei Stellen darauf eingehen, auch für die Popkultur und die Kultur. Es gibt eine ganze Reihe von Filmen, natürlich auch der Moderne, wo der Yeti eine Rolle spielt, im dritten Teil der Mumien-Trilogie, wo der etwas schwächere ist, aber gut, da gibt es dann auch ein paar Yetis, die dort herumspringen und für mich bis heute so eine sehr, sehr schöne Unterbringung, sage ich mal, des Yetis in die moderne Popkultur ist tatsächlich Star Wars 2, der Eisplanet Hoth, das Vampar-Wesen, was dann ja Luke Skywalker kurzfristig gefangen nimmt. Wenn das kein Yeti ist, dann weiß ich es ja auch nicht, was man dort sieht. Und ganz interessant ist ja, dass im Grunde genommen man leider mit den Special Effects nicht klarkam. Also dem Vampars war ja ein deutlich größerer Part in Hoth gewidmet. George Lucas hatte ja ursprünglich mal geplant, dass die in die Station dann eindringen sollen, dass die dann quasi aus den Wänden herausbrechen, während die Station evakuiert werden muss, weil da die Vampar-Höhlen quasi direkt neben dem Rebellen-Hauptquartier, für alle, die Star Wars 2 nicht kennen, vielleicht jetzt 30 Sekunden vorspulen, brechen sollen. Sag nicht, Star Wars 2, also es wäre dann Episode 5. Ach so, Episode 5 natürlich. Entschuldigung, ich muss ja neu rechnen. Also Episode 5, genau. Und da war also deutlich mehr mit den Vampars geplant. Das sollte noch ein weiteres spannendes Element bei der Evakuierung von Hoth sein. Hätte ich sehr cool gefunden. War aber, man hat es einfach nicht hingekriegt, dass diese Vampar-Figur vernünftig funktioniert hat von der Tritttechnik der damaligen Zeit. Das wäre dann wieder das Motiv der in die Zivilisation einbrechenden, unberechenbaren Natur gewesen. Das haben wir natürlich beim Yeti. Und das finde ich, genau. Und das finde ich einfach da, wenn sich da Deutsch-Lukas nicht vom Yeti hat inspirieren lassen, dann weiß ich es auch nicht. Widerlegen Sie mich bitte her. Genau. Also das vielleicht nochmal so zum Abschluss. Also natürlich ist das Thema Yeti spannend. Natürlich ist das Thema Yeti eine Huxilla-Folge wert, die längst überfällig war. Aber man muss sich dann auch die Mühe machen, sich das wirklich kritisch anzuschauen. Und ich fände es auch cool, wenn es ihn denn gäbe. Genauso wie den Bigfoot. Ich habe so viele Artikel auch von Skeptikern oder so gelesen. Und da kam immer durch, es wäre so cool, wenn das wirklich belegbar wäre. Und wenn es den wirklich gäbe. Aber ist halt nicht. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir wissenschaftlich kritischen Leute, wir wollen nicht, dass es das alles nicht gibt. Sondern wir wollen es halt einfach nur hieb und stich fest belegt haben, wissenschaftlich. Genau. Und nicht vom Hören sagen. Genau. So und jetzt müssen wir nochmal hören, was mit dem Stau auf dem Himalaya los ist. Die Auflösung. Ja, dieses Foto, das wir euch verlinken werden, das einen Menschenstau beim Aufstieg auf den Mount Everest zeigt, hat es tatsächlich gegeben. Und auch der Kontext ist so, wie er in den Medien beschrieben wurde. Es hat tatsächlich einen Stau gegeben. Und beim Aufstieg auf den Gipfel, wo du wirklich, also im Mai, meistens ist der beste Monat, um so etwas zu wagen, ein sehr, sehr kleines Zeitfenster hast, vom Wetter her und von den Bedingungen her, diesen Aufstieg wagen zu können, ist es natürlich fatal. Wenn dann, in dem Fall waren es, glaube ich, über 300 Leute da warten, bis sie dann irgendwie auf den Gipfel kommen und da ihr Fotoschen machen können und den Augenblick genießen können, bevor sie sich dann wieder auf den Rückweg machen müssen, das ist übel, weil diese Zone, in der du dich da befindest, mit normalen Bedingungen hier bei uns unten, wenig über dem Meeresspiegel, kaum zu vergleichen ist. Du brauchst ein Sauerstoffgerät. Du musst wahnsinnig gucken, dass du das überhaupt konditionsmäßig schaffst, da oben zu überleben. Und ganz so oft hat man, weil der Tourismus so sehr boomt, inzwischen auch Menschen, die gar nicht so sehr dafür geeignet sind, solche Dinge wagen zu können. Und insofern, ich meine auch, es war im Jahr 2019, dass tatsächlich elf Menschen verstorben sind, auch einfach, weil die Bedingungen dadurch so erschwert wurden und weil das Ganze so gefährlich geworden ist. Und dann hat man natürlich für die ganze Gegend noch ein weiteres Problem, dieses boomenden Mount Everest-Tourismus, Vermüllung, Sachen, die da zurückgelassen werden, Gefahr für Leib und Leben. Und ja, also nachhaltiger Mount Everest-Tourismus und eine Beschränkung wäre da vielleicht überlegenswert. Aber da kann ich mir jetzt natürlich schlechten Urteilen erlauben. Aber den Stau hat es auch tatsächlich gegeben. Keine erfundene Geschichte. Nee. Damit sind wir am Ende der 271. Folge von Hoaxilla. Können uns bei euch erneut nur bedanken für eure Unterstützung auf allen Kanälen, die uns so erreichen, von der Wishlist über das Geschäftskonto PayPal und Patreon. Das ist einfach großartig. Das erleichtert uns die Arbeit ganz ungemein. Wir können nach wie vor immer mal wieder in Technik investieren. Wir posten nicht jeden neuen Adapter, jedes neue Kabel oder jedes neues Gerät, was wir haben. Aber wir haben uns im letzten Jahr sehr, sehr gut und sinnvoll erneuert, ohne Unsinn zu kaufen. Natürlich haben wir immer noch keine Goldkabel, weil die keinen Sinn machen oder so ein Quatsch. Das ist eine andere Folge. Genau. Konnten hier sehr schön uns weiter erweitern. Für alle diejenigen, die uns auf YouTube hören, hier nochmal der Hinweis, wenn wir von den Links und Quellen sprechen, die findet ihr immer auf hoaxilla.com. Wenn wir mal gelegentlich das Ferngespräch erwähnen, das läuft auf YouTube exklusiv bei unseren Kollegen und Freunden von den Wild Mics. Da müsstet ihr dann dahin wechseln oder tatsächlich auch mal den Hoxler Podcast per Podcatcher abonnieren, so wie man Podcasts eigentlich hört. Und alle, die uns bei Spotify und Konsorten hören, da gilt das Gleiche. Auch da habt ihr die Links natürlich nicht so wirklich verfügbar, weil Spotify zwar unseren Feed abgreift. Und vielleicht hier auch nochmal der Hinweis für alle, die sagen, Mensch, die sagen immer unterstützen. Ich höre euch ja bei Spotify. Da kriegt ihr ja bestimmt ein paar Cent ab, weil ich habe ja ein Spotify Abo. Wir bekommen von Spotify oder anderen Plattformen nicht einen Cent. Das stimmt nicht, bei der Plattform Podimo, wenn die irgendwer kennt, haben wir, glaube ich, inzwischen 8,50 Euro oder so, weil wir da was bekommen für Menschen, die uns hören. Podimo zahlt aber, glaube ich, ab 100 Euro ab. Und ich glaube, wir haben jetzt in sechs oder sieben Monaten diese 8 Euro gesammelt. Also vielen Dank dafür, für alle, die uns bei Podimo hören. Aber reich werden wir da auch nicht. Das heißt, all diese Plattformen, da ist die Unterstützung eher sehr, sehr mausend. Wir sind da trotzdem, weil wir wissen, dass viele von euch Spotify gerne nutzen. Deswegen haben wir uns da eingetragen. Schön und noch viel besser ist es natürlich über einen Podcatcher. Und ja, wir freuen uns auf den März, auf neue Episoden, die wir schon wieder planen und haben jetzt mal ganz bewusst im Februar, weil das ja auch ein Wunsch war, der immer wieder kam, zwei ganz klassische Hoxhler-Themen behandelt. Kryptozoologie, eine Gruselgeschichte. Und jetzt gucken wir mal, was wir im März machen. Und es gibt immer noch aus jedem Segment, was wir so haben, ein neues Thema, was wir auch aufgreifen können. Und ihr schickt uns viele Themen. Vielen Dank dafür. Und das geht noch eine ganze Weile so weiter. Da bin ich ziemlich sicher. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxhler-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxhler.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.